Mama, komm mal still. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Komm mal bitte, der ist hier. Komm mal bitte. Komm mal aus dem Schlachterfetz. Da ist er. Komm mal aus dem Schlachterfetz, Mama. Komm mal aus dem Schlachterfetz, der bitte. Da ist er. Aus dem Schlachterfetz, der kannst du dir sehen, Baba. Und wer ist das, Bigos? Was? Bigosch, ist das? Beide dich bitte mit dem Anziehen. Was? Ja, der ist da nichts geflogen. Sorry, ja. Beide dich bitte, Mama. Mir zuliebe. Ist gerade spannend draußen. Setz dich aber bitte auf den Stuhl, Hibaba. Wenn der hier rüberkommen sollte. Es ist Bigosch schon wieder. Der will, glaube ich, mit uns besprechen. Da hinten ist der, siehst du? Da hinten ist Bigosch, ne? Der kam von rechts. Er ist von rechts gekommen, gesehen, im Schlachterfenster. Was, wenn sie dabei offen gehabt. Ja. Ja. Schön, ne? Ja. Der war ganz dabei, das Haus hätten geflogen, wo der Polizistin wohnt. Cool, ne? Ja. Ja. Ist doch Bigosch, ne? Muss der ja sein. Oder gibt's hier noch mehr Rot-Belada außer ihm? Achtung, der kommt hier rüber, Baba. So ein schönes Lied dran hat. Muss der Bigosch wieder dazwischen kommen, echt? Ja, fliegt los weg, Bigosch. Tschüss. Wie sah die aus? Wo? Mein Gott, meine P...